Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Apex Legends Road to Silber 1, also eigentlich zu Gold. Mir geht's nicht gut, ich komme gerade nicht dazu irgendwie was großartig aufzunehmen. Ich möchte aber wirklich nicht brechen mit den zwei Folgen am Tag. Ich hoffe, dass ich es morgen irgendwie halbwegs packe und deswegen haue ich jetzt irgendwie noch eine Apex Aufnahme raus. Ich hoffe, es wird nicht zu dramatisch. Bitte kein Marriage. Ich bleibe auf Bangalore. Kannst mich mal im Wichsloch weichen? Wir nehmen ein Bloodhound. XR Rape. Kann ich den bitte reporten für den Namen? Das wäre voll cool. Ja, mir geht's nicht gut. Ich habe leichte Temperatur. Ich habe Husten, ich habe Schlupfen. Ich habe Übelkeit. Ich hänge komplett in den Seilen. Meine Augen brennen wie Scheiße. Aber alles halb so wild. Ich kann Homeoffice machen. Ich werde mich morgen wahrscheinlich krank melden. Und dann geht's ab. So, Squads. Äh... 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 Keiner Ahnung, ob der hier jemand mit mir landet. ich habe sie was gesehen dass ich wollte da ist für anfang gar nicht mal ich habe auf jeden fall geschieße das nehme ich doch schon mal sehr gerne ich habe mehr geschieße ich habe halt nicht so wirklich gern die peacekeeper besorstlichen kann man ja 99 weil mit dem schock sie doch schon wieder anders aus wenn wir es hier flatliner 301 mir nicht ganz bewusst auf was ich gehen möchte so unbedingt ich klinge richtig gut das retten mich sehr gerne dass du mich sehr sehr habe ich auch genug ich glaube der hat eine g7 gerade oder hat auf jeden fall light ammo irgendwas was ist das da ist das eine flatline das ganze ich滴 es sehr fast es kaputt hier es ist nicht dass gut krone krone park ok der ist nach oben gelaufen komm her, komm her, komm her ich höre ihn komm her, komm her 10 Sekunden, ring's basically knocking on the door warning, optics here, close range ring's closing, i like pushing limits as much as the next guy but we gotta go recharging my sheets wo ist er, alles gut hab ich nen rucksack, ja hab ich oh Gott, Entschuldigung ah, ich bin einfach gerade echt nicht auf der Heer ah, wir waren jetzt schon in den Kreis rennen wir haben noch so viel Zeit um hier zu looten ah, wir sollten uns nicht verteilen, von daher we're not alone I got some bad guys here enemy is right here got trouble here getting shot at firing reloading downed an enemy bless me in sight i know, i will assist you enemy downed one, rush downed one, rush RUSH are you actually too retarded to kill one person with two guys holy fuck alter wie schlecht kann man sein eine Person eine ist tot eine ist gelocked und eine steht da noch ja erstmal hier irgendwie warten alter 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 voll es war halt einfach so dumm und unnötig, was die ja gerade gemacht haben und dann nichts treffen hat er gerade was gesehen oder was ich habe jetzt digital thread drauf, ne ja, hab ich hey, ohne witz ist es war ja gerade so dumm, was die beiden da gemacht haben trotz ansage und ähnliches einfach rumzugimpeln oder sonst sie sieht relativ ruhig aus und jetzt auf die schüsse zu laufen, alter ich weiß nicht, ob ich die vielleicht nicht einfach wenden sollte und allein vorgehen sollte würde potenziell mehr so machen, als das was die da tun kriege ich von ihr eh nicht keine Ahnung was die beiden Deppen da hinten jetzt vorhaben treat den kreif schreif immig Arschteilen! Fier! Der Biss! Der Bissert! Der Bissert! Der Bissert! One sec! Heulen up! Charging shields! Come on, come on! One minute until closed! Ring's nearby! Enemy over there! It's go time! Enemy over there! Ring is close! warum will er denn da hoch ich habe keinen das ist die die wir in gates haben sind da wo wir herkommen da ist auch einer das ist der optan der da gerade reinrushed der ring schließt sich vier revives kiffen alter 32 ap plus gemacht ich hoffe dass die folge wenigstens halbwegs interessant war die öffnen zum schluss hier so ich werde schlafen gehen wünsche noch einen schönen tag kaut rein bleibt gesund